Die Arbeitswelt wird immer hektischer und die Anforderungen, mit denen wir täglich konfrontiert werden, nehmen stetig zu. Das führt zu einer steigenden Belastung der körperlichen, aber vor allem auch der psychischen Gesundheit. Mitarbeitende fallen häufiger und länger aus. Sie sind unzufrieden und verlieren ihre Motivation. Die Fluktuation nimmt zu. Führungspersonen sind mehr und mehr überfordert. Jeder Einzelfall ist für die Betroffenen ein einschneidendes Erlebnis. Aber auch den Unternehmen können die resultierenden Probleme zusetzen. Für die Schweiz ist der volkswirtschaftliche Schaden enorm. Im Hinblick auf diese Entwicklung hat sich Helsana in den letzten Jahren vom Krankenversicherer zum umfassend agierenden, kompetenten Gesundheitspartner weiterentwickelt. Helsana ist in jeder Situation für ihre Kunden da. Von der Prävention über die Früherkennung, die Fallbetreuung bis hin zur Reintegration. Mit Helsana Business Health unterstützt Helsana Unternehmen jeder Betriebsgröße mit einem breit gefächerten Angebot im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Anhand einer Situationsanalyse können Belastungen und Ressourcen erkannt und optimiert werden. Dabei geht es um Themen wie die Stärkung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz, Ursachen für Absenzen erkennen und reduzieren, sowie ein kluges Generationenmanagement. Mittlere und große Unternehmen profitieren von einem eigenen Gesundheitsmanager. Dieser Fachspezialist betreut seine Kunden individuell, initiiert Maßnahmen und schult die Führungspersonen ganz gezielt nach ihren betrieblichen Bedürfnissen. Kleinen und kleinsten Unternehmen hilft Helsana bei der Analyse der Ist-Situation und bietet über die Branchenverbände themenspezifische Schulungen. So lässt sich bares Geld sparen, denn gesunde und motivierte Mitarbeitende sind die Grundlage für den Erfolg jedes Unternehmens. Stärken auch Sie Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeitenden durch ein professionelles, betriebliches Gesundheitsmanagement. Nehmen Sie Kontakt auf zu Helsana und erfahren Sie mehr auf helsana.ch. Vielen Dank.